Guten Abend Freunde, ich möchte euch auf diesem Weg schon einmal einen kleinen Vorgeschmack davon geben, was in Zukunft auf euch zukommt. Mein neuer Song Bertram Doluda ist am 1.10.2015 in allen gängigen Downloadportalen zu erwerben. Ich hoffe, er gefällt euch genauso wie mir. Wenn ihr Lust habt, schaut doch immer mal wieder auf meine Seiten, denn ich hoffe, ich kann euch mit Neuigkeiten und ein paar kleinen Späßen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. In diesem Sinne, bis bald, euer Bernie Brause.